Einfach Synchronsprächer beim Mario-Film? Ja, so krass, finde ich, kann ich die Stimme jetzt auch nicht. Aber man hört halt, wer gemeint ist, ne? Die Originalstimme von Mario Kling ist natürlich nochmal komplett was eigenes. Ja, aber manchmal kommt es so aus mir raus, dieses Ja-Hoo! Here we go! Das kommt einfach raus dann, so wie Sü-